Fristig zu Tode Ein Beitrag von Knopfloch Natürliche Lebensmittel enthalten alle verschiedene Giftstoffe, die der Körper abbauen muss. Nahrungsmittel wie Milch, Fleisch, Getreide, Kartoffeln, Gemüse, Früchte, alle enthalten Giftstoffe wie Blausäure, Fasin, Solanin und viele mehr. Pflanzengifte, die der Pflanze zur Selbstverteidigung gegen Räuber helfen, oder schwer verdauliche Proteine gelangen durch den täglichen Verzehr in unseren Körper. Man munkelt sogar, dass die psychedelischen Wirkungen des Mutterkorns, einem Pilz, der auf Getreideeiern wächst, im Brot den Maler Hieronymus Bosch zu seinen Kunstwerken inspiriert haben soll. Gift im Essen? Das ist also nichts Neues. Der menschliche Körper ist dazu angelegt, die Gifte, die durch die natürliche Nahrung in den Körper gelangen, täglich wieder auszuscheiden. Das funktioniert normalerweise problemlos. Doch seit Jahrzehnten werden weitere zusätzliche Substanzen in Nahrungsmittel gemischt. Die esoterischen Bezeichnungen fehlgeleiteter Alchemisten für diese chemischen Stoffe erspare ich euch hier. Sie dienen dazu, die Haltbarkeit zu verlängern, das Aussehen appetitlich zu gestalten, zur Verdickung und zur Verdünnung, um Bestandteile zu binden oder zu lösen, um gerade nicht erwünschte Anteile wie Fette oder Zucker zu ersetzen und nicht zuletzt um den gewünschten Geschmack zu bieten. So sind Holzspäne und andere sogenannte natürliche Zusatzstoffe ebenso enthalten wie neuartige Bakterienkulturen und all die chemischen Substanzen, Farbstoffe und andere Beigaben, deren Langzeitauswirkungen weder bekannt noch jemals geprüft wurden. Von Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Substanzen selbst oder von psychischen Nebenwirkungen ganz zu schweigen. Dinge, die nie auf dem natürlichen Speiseplan des Menschen gestanden haben, werden in immer kürzeren Abständen auf den Markt geworfen. Doch damit nicht genug. Genveränderte Bestandteile einzelner Pflanzen sind genauso zu finden wie Medikamente in Fleisch und Umweltgifte wie Pestizide in Pflanzen. Dazu kommen schädliche Verarbeitungstechniken, Rückstände wie Öl und Verunreinigungen von Verarbeitungsmaschinen und unhygienische Verpackung, falsche Lagerung und Transport. Die gegenwärtige Lebensmittelproduktion wird in allen Stadien massiv von Giften und Misshandlungen begleitet. Für Otto-Normalverbraucher gibt es scheinbar keine Möglichkeit, dem zu entkommen. Das Ergebnis modernen Nahrung und Vergiftung sieht man tagtäglich. Übergewichtige Menschen, rote Köpfe und gelbe Augen, aufgequollene Gesichter und mit Wasser gefüllte Beine, Beschwerden verschiedenster Art, Behinderungen, Krebs und Herzinfarkte, Vergiftungen, heute beschönigend und verniedlichend Zivilisationskrankheiten genannt. Dieselbe chemische Industrie, die mit den Zusatzstoffen viel Geld verdient, verdient noch mehr an der Bereitstellung geeigneter Gegenmittel, die dann Medikamente genannt werden. Eine perverse, menschenverachtende Geld- und Killermaschine, die vor mehr als 100 Jahren, seit der Gründung der AMA, der American Medical Association, und ihren Ablegern in Europa aufgebaut und am Laufen gehalten wird. Es ist dieselbe Maschine, die für die Giftgasopfer des Ersten Weltkriegs Josef Mengele's Forschungsergebnisse, Seviso, Bhopal, die Chemotherapie, Corona-Wahnsinn und viele andere Katastrophen verantwortlich ist. Auf Erdöl basierende Medikamente, Baustoffe, Pflegemittel, Kleider- und Nahrungsmittelzusätze sind das wahre Black Goo der heutigen Zeit und es hat sich heimlich in unseren Körpern breitgemacht. Und dieselbe Geld- und Killermaschine und deren Laboratorien kümmern sich seit einiger Zeit um unsere Grundnahrungsmittel. Mittelständische und kleine Betriebe müssen schon lange mit jedem Cent kalkulieren und diese Produzenten werden so gezwungen, immer billiger Rohstoffe für ihre Produkte einzukaufen, damit sie gegenüber den Grosskonzernen konkurrenzfähig bleiben. Dadurch werden betrügerischen Machenschaften Tür und Tor geöffnet. So finden wir heute Plastik im Reis, Kunststoffe in Käse und anderen Produkten, Mehlwurmmehl im Brot, Eisenspäne in Cerealien und neue, noch nicht zu deklarierende Stoffe, die nun mal gar nichts mehr mit Nahrung zu tun haben und bestenfalls als Füllstoffe bezeichnet werden können. Die Labore der Grosskonzerne haben Hochkonjunktur und verzeichnen steigende Börsenkurse. Nahrung aus dem Labor ist denn auch der neue Trend. Angefangen mit der Schaffung einer öffentlichen Meinung und einem durch Angst induzierten Interesse für gesunde Nahrung wurden die Bio-Labels und die höchst fragwürdigen Leit- und Halbfettprodukte eingeführt und es dauerte auch nicht lange, bis neuartige Kombinationen von pflanzlichen Stoffen als Vegan-Linie in den Regalen erschien. Fleischersatz aus dem Labor. Heute schon lange eine Realität und manch ein Vogue-Anhänger lässt sich seine vegane Laborkunst-Fleischwurst schmecken, ohne auch nur den Ansatz einer Ahnung zu haben, was er da eigentlich in seinen Mund stopft. Doch auch Liebhaber eines blutigen Steaks könnten sich bald nicht mehr sicher sein, ob das, was da vor ihnen auf dem Teller liegt, auch wirklich von einem Tier stammt. Die Fleischindustrie schafft es heute, aus Schlachtabfällen und unverkäuflichen Resten noch Dinge zu erzeugen, die wie Fleisch aussehen und mit geeigneten Zusatzstoffen auch so schmecken. Deren Laboratorien sind damit beschäftigt, alles, was irgendwie verwertbar ist, umzubauen und in etwas zu verwandeln, was der Käufer im Laden als normales Fleisch wahrnimmt und dann auch entsprechend konsumiert. Ziel ist das Fleisch aus dem Drucker, natürlich durch Computer und am besten gleich ferngesteuert. Ebenfalls gilt hier der Wettlauf mit noch nicht deklarierten, aber vorsorglich patentierten Substanzen, die noch unter keine Regulierung fallen und somit noch keiner Kontrolle unterstehen. Bekanntgabe unerwünscht, Firmengeheimnis, versteht sich. Man muss sich doch gegen Konkurrenz und Ideen raubschützen. Ein Prüflabor findet denn auch nur die Substanzen, nach denen gesucht wird. Befindet sich eine neuartige Substanz in der Nahrung, wird diese deswegen nicht erkannt, denn neue Substanzen erfordern auch neue Testmethoden. Der letzte Trend in diesem Wettbewerb waren und sind Insekten. Letztes Jahr schon wurden Insekten von der EU reguliert und damit öffentlich als unbedenklich freigegeben. Erweiterungen dieser Freigabe folgten dieses Jahr. Bestandteile von Insekten wurden bis dahin schon länger in Lebensmittel verwendet als manche Ahnen. Nun wird vorherigem Treiben in der Zwielichtszone ein legales Mäntelchen aufgesetzt. Und damit ja nicht genug. Insekten dürfen heute in allerlei Nahrungsmitteln verwendet werden. Vor allem in Süßigkeiten für Kinder und günstigen Produkten, die von den weniger gut situierten Zeitgenossen gekauft und verzehrt werden müssen. Das, obwohl Insekten Substanzen enthalten, die für den Menschen giftig sind. Und obwohl die Produktion und Haltung dieser Insekten überaus fragwürdig ist. Wer einmal in Vietnam oder Thailand die Garnelenfarmen gesehen hat, weiss, wovon hier die Rede ist. Dasselbe findet sich auf den Insektenfarmen. Der Konkurrenzdruck ist auch in den Drittweltländern hoch und die Regulierungen für Wachstumsstoffe und andere Medikamentengaben sind mehr als lasch. Dazu kommen Kontaminationen mit anderen Giftstoffen, Parasiten, Bakterien und nicht ausgeschiedene Exkremente, die mitgetrocknet, gemahlen und am Ende gegessen werden. Kurzum, hier entsteht eine Zeitbombe, deren Auswirkung mittel- bis langfristig massive gesundheitliche Schäden und Todesopfer mit sich bringt. Dass die Reduzierung der Weltbevölkerung auf der Agenda der Kontrolleure steht, sollte mittlerweile jedem bekannt sein. Es wird auch nicht mehr verschwiegen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die nächste Angriffswelle auf die Gesundheit anrückt. Diesmal in Form von vergifteter Nahrung. Eine uralte Kriegstaktik. Nur, dass hier nicht der Brunnen der feindlichen Armee vergiftet wird, sondern der Anteil der Bevölkerung, der sich an dieser Problematik nicht interessiert, zeigt. Die Gründe dafür sind bekannt. Die durch die Giftspritzen verursachten autoimmunologischen Abwehrreaktionen, das AIDS-Syndrom, wird nun benutzt, um diese Menschen noch mehr zu belasten. Zusammen mit einer konstanten Strahlenbelastung eine mit Sicherheit tödliche Kombination. Wir werden alle sterben. Ja, aber jeder zu seiner Zeit. Wer vor dem Pseudovirus waren, die Augen offen hatte und darauf geschaut hat, was er isst und trinkt, mit welchen Stoffen er sich kleidet oder umgibt und mit was er sich pflegt, hatte wenig von diesen geheimnisvollen Zivilisationskrankheiten zu befürchten. Wer Gifte zu meiden weiss und wer hochwertige, unbelastete Lebensmittel, egal ob Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Getreide oder Gemüse zu sich nimmt, war und ist auf der sicheren Seite. Denn die Natur hat in den meisten natürlichen Lebensmitteln, besonders im Gemüse, auch diejenigen Substanzen eingebaut, die dem Körper helfen, sich selber von den schädlichen Elementen zu entgiften. Wer ein Brokkoli isst, der isst neben den natürlich vorkommenden Giften auch gleich mitgelieferte Substanzen, die zur normalen täglichen Giftausleitung vom Körper verwendet werden. Ein Brokkoli, oder auch jedes andere Gemüse, ist eine undurchschaubare Kombination verschiedener Substanzen, von denen wir heute erst ansatzweise eine Ahnung haben, wie sie miteinander wirken und wie sie genau im Körper verarbeitet werden. Und das gilt nicht nur für Gifte und nährhafte Stoffe. So enthält ein Brokkoli zum Beispiel Vitamin C, welches der Körper braucht. Aber damit er es verarbeiten kann, muss der Körper Schwefel zur Verfügung haben und genau das liefert der Brokkoli gleich mit, während die bei vielen geschätzte Vitamin C-Kapsel aus der Drogerie oder dem Reformhaus das eben nicht macht. Von Ganzheitlichkeit keine Spur. Die unkontrollierte Einnahme von Vitaminen kann an anderer Stelle Mangelerscheinungen erzeugen, so dass der Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht gerät und der Mensch trotz der Einnahme von Vitamintabletten krank wird. Kein Mensch auf dieser Erde ist gleich. Kein Körper ist gleich. Und ebenso unterscheiden sich die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen, bis hin zur Nahrung. Manche Körper benötigen Fleisch und die darin enthaltenen Substanzen, während andere Körper allein mit Pflanzenkosten auskommen. Die eine mag Kartoffeln, der andere ein Stück gutes Fleisch und wiederum andere verspüren ein Bedürfnis nach sauren Gurken. Der Körper, zusammen mit seinem eigenverantwortlichen Bewohner, wissen sehr genau, was für einen idealen Stoffwechsel benötigt wird. Das funktioniert ganz natürlich. Doch Ideologie, Propaganda und Werbekampagnen haben diese Fähigkeit nachhaltig zerstört. Das fängt schon ganz früh damit an, dass man Kinder zwingt, mehr zu essen, als sie wollen und Dinge zu essen, die sie gar nicht mögen. Ein gestörtes Hungergefühl und die angelernte Unfähigkeit zum Erspüren der Lebensmittel, die der Körper gerade benötigt, ist das Resultat. Die Überschwemmung des Nahrungsmittelmarktes mit giftigem Müll, der mit fiesen Marketing-Tricks beworben wird, erledigt den Rest. Natürliche Nahrung, und damit ist Fleisch, Fisch und Gemüse, Getreide und anderes gemeint, welches nicht kontaminiert ist, die keine Medikamente und zusätzliche Giftstoffe enthalten, sind ungefährlich für den normalen Verzehr. Aber auch hier, unsinnige entgegengesetzte Ansichten bieten Einkommensmöglichkeiten. Überdosierungen jeglicher Art haben immer eine Auswirkung auf die Balance im Körperhaushalt und sind mehr ideologischer Verblendung geschuldet als realen gesundheitlichen Überlegungen. Der Bereich Nahrungsmittel ist hochgradig ideologisiert und manipuliert. Wie man damit Menschen kontrolliert, wussten schon die alten Religionen. Und so ist es natürlich einfach, all die beängstigenden Gifte in einer Kartoffel aufzulisten, um damit gegen den Verzehr von Kartoffeln zu wettern. Man erzählt einfach nur die Hälfte der Wahrheit. Die andere Hälfte nämlich, dass Kartoffeln auch Substanzen enthalten, die diese Giftstoffe gewissermassen mit Hilfe des Metabolismus neutralisieren und so die aufbauenden und gesunden Substanzen dadurch in der Überzahl sind, das wird im Interesse der Propaganda verschwiegen. Die Verdammung natürlicher Lebensmittel hat Methode. Eier sind ungesund, Fleisch ist ungesund, Käse ist ungesund, Milch ist schädlich und Getreide ist schlecht und ebenso das Braten und Frittieren erzeugt Giftstoffe. Es die in zweifelhaften Laborien zusammengepanschten chemischen Cocktails, einzig die sind heute noch gesund. So funktioniert Manipulation und Angstmache. Wie unsere Vorfahren ohne künstliches Fleisch und genmanipulierten Gemüse und erst ohne Insekten das alles überlebten, scheint heute das grösste Rätsel der abgetumpften Menschheit zu sein. Dabei sind es unsere Vorfahren, die uns dabei helfen können, eine gesündere Lebensweise zu erreichen. In der Mehrheit wurden damals Rohstoffe selbst verarbeitet, Milch wurde zu Rahm, Butter, Joghurt und Käse gemacht, Getreide, unverarbeitet, lange haltbar, wurde selbst gemahlen oder dem Müller gebracht, das Brot, Kuchen und die Patisserie wurden selbst gebacken und die Flocken selbst gepresst, ohne Konservierungsstoffe, Aromen, Füllstoffe, Farbstoffe und Additive. Gemüse und Früchte wurden saisonal konsumiert und die heute fast verlorene Kunst des Fermentierens und Einmachens, des Einsalzens, Trocknens und Dörrens war in jedem Haushalt bekannt. Stoffe bestanden aus natürlichen Materialien, Holz, Stein und sogar Seife wurde oftmals selbst gesiedet. Es gibt unzählige weitere Beispiele, die Verlockungen der Bequemlichkeit haben den Menschen aber unachtsam werden lassen. Nun könnte man mir vorhalten, in nostalgischen Illusionen zu schwelgen, doch mitnichten. Die Verwendung und Verarbeitung natürlicher Rohstoffe hat früher sehr viel Zeit in Anspruch genommen und würde es auch heute noch, wenn wir zwischenzeitlich nicht eine gewaltige Entwicklung an hilfreichen und zeitsparenden Geräten gehabt hätten. Elektrische Backöfen statt umständliche Holzöfen, Elektro- oder Gaskochherde, Kühlschränke, Mix- und Knetmaschinen finden sich in jedem Haushalt. Selbst dazu sind heute alternative Methoden weiterhin auf verschiedenen Kanälen abrufbar. Brotbackmaschinen, Dörrmaschinen, automatische Mühlen und eine weitere Reihe an Robotern nehmen uns die Arbeit ab, eine Alltäglichkeit, die so normal geworden ist, dass niemand mehr gross darüber nachdenkt. Wir werden vergiftet, absichtlich, und wir müssen uns dagegen wehren. Das bedeutet den Verzicht auf Nahrungsmittel und die Fokussierung auf Lebensmittel, echte Pflanzen, echtes Fleisch, Leben eben. Man kann diesen Vergiftungsversuchen ausweichen, indem man selbst möglich unveränderte Rohstoffe benutzt und selber verarbeitet. Eigenes Brotbacken, eigene Marmelade, eigener Käse, fermentiertes Gemüse, selbstgemachte Butter und Süßigkeiten und noch so vieles mehr. Vielleicht erfährt man dabei auch gleich, wie damals Kinder ihre Zeit zu Hause verbrachten. Es gibt wohl keine fantasievolleren Designer von Brot- und Kuchenformen, eigenen Keksen, Marmelademischungen und Dips oder fürsorglichere Sprossenzieher und Kräuterpfleger als eben wissbegierige Kinder. Und wer hat heute schon einmal selber Butter oder Joghurt gemacht? Es ist klar, dass vollständige Selbstversorgung ein Thema für wenige ist. Dazu braucht es Land, Werkzeuge und Wissen. Doch wer sich auf die eigene Verarbeitung von Rohstoffen beschränkt, kann den meisten Risiken ausweichen und auch hier gibt es unzählige Möglichkeiten, diese Rohstoffe direkt von einem vertrauenswürdigen Produzenten in der Region zu beziehen. Wir können als Menschen nicht vermeiden, dass wir Lebendiges essen. Es ist Teil unserer Natur und ohne würden wir krank werden und eingehen. Mag das Gewicht beim einen mehr auf tierische, bei der anderen mehr auf pflanzliche Lebensmittel liegen, diese Entscheidung ist individuell und eigenverantwortlich. Die intime Beziehung zwischen seinem Körper und der Natur ist eine Sache, die niemanden anderen etwas angeht. Was hingegen abstoßend ist, ist wie diese Nahrung produziert wird. Die Tierhaltung ist dabei genauso schlecht, grausam und unethisch, wie die Fabrikation und Verarbeitung von pflanzlicher Nahrung und dagegen kann man etwas unternehmen, indem man Rohstoffe von vertrauenswürdigen lokalen Produzenten verwendet, die man selbst verarbeitet und keine toten, vergifteten Nahrungsmittel mehr kauft und damit diese kriminellen Machenschaften nicht mehr unterstützt. Gesundheit ist heute ein kostbares Gut. Soweit die Theorie, jetzt muss man es nur noch tun. Das war ein Beitrag von Knopfloch. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wird in Gemeinfreiheit im Sinne des Copyleft herausgegeben. Der Ersteller verzichtet damit auf jegliche Rechtsansprüche. Weitere Podcasts, Videos und Artikel und bei Gefallen auch ein Kaffeekässerli sind auf www.knopfloch.ch zu finden. Vielen Dank und auf Wiederhören.